Erste Anzeichen für Shorts sind da, aber noch ist es nicht so weit. Was genau für den großen Short passieren muss, das besprechen wir gleich. Und damit herzlich willkommen zu meiner DailyDAX-Morgenanalyse wie immer. Ganz kurz der Hinweis auf meinen YouTube-Kanal, dort bin ich mehrmals die Woche live und trade den DAX und den Dow Jones gemeinsam mit euch. Vorwiegend im Daytrading, aber es gibt dort auch Einblicke in meine systematische Swing Trading Strategie. Das Video zur Swing Trading Strategie findet ihr auch hier auf der Kanalseite. Und natürlich ist jetzt der richtige Zeitpunkt, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keinen neuen Livestream und auch kein neues Video mehr zu verpassen. Übrigens, der nächste Livestream steht morgen Vormittag an, ab 9.30 Uhr geht es los. Da traden wir gemeinsam den DAX und schauen, was wir den DAX so abbringen können. Da sehr gerne einschalten, wenn ihr Zeit habt. Dann gehen wir auch direkt auf den Wirtschaftskalender und heute Abend wird das FOMC-Sitzungsprotokoll veröffentlicht, das immer zwei Wochen nach der letzten FED-Sitzung veröffentlicht wird. Das ist somit die wichtigste News für heute. Ansonsten haben wir um 16.30 Uhr noch die Rohöl-Lagerbestände. Das ist aber nicht ganz so spannend für das Index-Trading, zumindest aus meiner Sicht. Ja, dann gehen wir direkt auf den Chart und wir starten wie immer dann auch mit dem Rückblick, beziehungsweise mit der Analyse von gestern. Und der DAX hat sich jetzt gestern das erste Mal so ein bisschen abgestoßen und einen Korrekturtag hingelegt. Aber kann ich gleich an dieser Stelle sagen, das ist jetzt noch nicht das große Short-Signal, denn der DAX handelt immer noch in seiner intakten Aufwärtsstruktur, auch wenn er jetzt gestern einen negativen Handelstag hingelegt hat. Jetzt muss sich daraus erst einmal mehr entwickeln, dass größeres Abwärtspotenzial frei wird. Somit hat der DAX mehr oder weniger jetzt im Korrektur-Szenario gehandelt. Dadurch, dass er am Vortag auch relativ stark war und sehr hoch eröffnen konnte, war natürlich auch etwas mehr Platz auf der Unterseite. Und oh Wunder, er ist bis zur Opening Range vom Vortag durchgelaufen und ausgehend von hier gab es dann eine Stabilisierung. Er hat noch ganz kurz Halt gemacht an der 18.400, konnte sich dann aber nicht wesentlich nach oben lösen. Und auch die US-Indizes waren gestern mehr oder weniger unverändert. Ja, dann schauen wir auf die Analyse von heute und da seht ihr es, hier ist der gestrige Handelstag als negativ markiert. Also wir haben einen tieferen Tagesschlusskurs gegenüber der Tageseröffnung gesehen und somit ist das hier möglicherweise der Start für eine Trendwende-Situation. Und Trendwende ist nämlich jetzt auch das Stichwort, denn noch haben wir keine Trendwende drin. Das relevante Korrektur-Tief befindet sich bei der 18.280 ungefähr. Und da muss der DAX erst einmal drunter, dass wir dann hier mehr Abwärtspotenzial bekommen. Dann wäre erst einmal das nächste größere Ziel die Marke von 18.000 Punkte. Unterhalb von 18.200 Punkte seht ihr hier haben wir mehr oder weniger so einen luftleeren Raum und unterhalb dessen dürfte es auch relativ zügig Richtung 18.000 Punkte gehen. Aber bis dahin muss der DAX noch ein bisschen fallen können. Und zwar wäre es dann erst einmal wichtig, dass die 18.270 unterschritten wird. Der erste Schritt ist gemacht, aber es gilt weiterhin vorsichtig zu sein. Von daher werde ich heute auch keinen neuen Short eröffnen, sondern weiterhin auf der Long-Seite aktiv bleiben. Wir haben jetzt hier so eine leichte initiale Bewegung auf der Downside bekommen, aber die Abfolge von steigenden Tagestiefs ist noch intakt. Somit ist die Struktur auch noch intakt, auch wenn wir jetzt hier einen Korrekturtag bekommen haben. Analog zu diesem Handelstag hier war ja auch ein Korrekturtag und am Folgetag konnte sich der DAX dann stabilisieren und dann ging die Reise weiter auf der Oberseite. Aber die Chancen stehen gut für eine größere Korrektur, hatte ich ja in meinem DAX-Wochenausblick ja auch gesagt bzw. hinreichend analysiert, dass der DAX so langsam in die große Widerstandszone eintaucht. Und am Montag hat der DAX das Jahr gemacht. Er ist mit der 18.400 bzw. mit überschreitender 18.400 in die große Widerstandszone eingetaucht. Und von daher ist es auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir hier jetzt mal eine stärkere Reaktion sehen, die das Potenzial hat, mal ein bisschen stärker auch rauszugehen, aber noch ist es nicht so weit. Also der DAX muss hier erst einmal drunter und dann eigentlich auch unter die 18.200. Vielleicht sehen wir heute einen Tag, der ein bisschen stärker durchrutscht. Dann würde ich am Folgetag quasi morgen dann erst einmal eine neue Short-Position reinnehmen. Das erste Mal seit einigen Wochen wieder valide, ja ein Short-Versuch oder anders ausgedrückt, der Versuch in die Short-Seite reinzukommen. Denn manchmal ist es dann auch ein bisschen schwieriger hier, ja den Trade dann auch entsprechend zu bekommen. Das ist dann erst einmal so viel zu groben Einordnungen. Also wir müssen weiterhin warten für Short und somit gibt es aus meiner Sicht jetzt erst einmal im Swing-Train-Bereich noch nichts Short zu handeln. Die Zone ist aber gut und das erste Anzeichen ist da, wenn heute dann noch ein bisschen mehr geht auf der Unterseite und wir mal Strukturbrüche bekommen, dann kann das ganz gut für weiterfallende Kurse sorgen. Mit entsprechenden Zielen auf der Unterseite, habe ich ja auch schon gesagt. Erst einmal 18.200 muss noch mit abgefrühstückt werden, dann haben wir die 18.000, dann geht es weiter Richtung 17.600. Das ist dann aber auch wieder Part der übergeordneten Analyse. Und das FOMC-Sitzungsprotokoll für heute könnte dann eventuell schon mal den Auslöser geben, auch wenn es später am Abend kommt, dass wir vielleicht morgen deutlich tiefer eröffnen. Das wäre dann beispielsweise auch ein ganz, ganz gutes Signal für aktiv Short. Ansonsten für die Long-Seite hat der DAX jetzt den Zielbereich entsprechend auch abgearbeitet. Viel tiefer sollte er nicht gehen. Fehlausbruchsszenarien müssen wir natürlich auch immer mit dem Blick behalten. Falls der DAX jetzt hier mal versucht nach unten raus zu gehen und sich dann schnell wieder fängt, wäre das grundsätzlich Bullish oder auch wenn er hier komplett raus geht und sich dann wieder fängt, wäre das auch grundsätzlich erst einmal Bullish. Kommt natürlich darauf an, wie er es macht. Aber er hat jetzt hier mit der Opening Range vom Vortag schon mal den ersten Zielbereich erreicht und wenn es ihn jetzt Stück für Stück weiter nach oben schraubt mit entsprechender Kontinuität, dann ist das Ziel erst einmal die Opening Range von gestern, was dann auch wiederum perfektes Level wäre im Sinne der Erholung für weiter Short. Ja, heute vielleicht nochmal stärker raus und dann die nächste Abwärtswelle, um jetzt hier einfach nochmal den Hochbereich anzulaufen, um die Geschichte zu verkaufen oder kurz über die 18.500 zu schnippen, wäre auch für Short noch denkbar. Aber wir müssen dann entsprechend auch mit dem Blick behalten, dass das dann erst einmal noch prozyklisch ist, also konform mit der vorherrschenden übergeordneten Marktrichtung. Aber, hatte ich ja dann auch schon gesagt, die Zone ist halt verdammt gut, dass wir hier auch durchaus mal eine stärkere Reaktion erst einmal Richtung der 18.000 und eventuell sogar tiefer sehen. Und hier seht ihr auch schön, wie sauber wir hier noch eine Abfolge von steigenden Tagestiefs haben. Und solange das so ist, gibt es aus meiner Sicht noch nichts großartig Short zu traden. Im Skyping-Bereich, das ist natürlich eine andere Sache, da kann man dann auch relativ gut von beiden Richtungen partizipieren. Wenn die übergeordnete Richtung long ist, kann man unter Umständen bei einem guten Signal auch kurzfristige Shorts mitnehmen. Das dann so viel zur heutigen Analyse. Und mehr gibt es an dieser Stelle dann auch nicht zu sagen, als euch einen hervorragenden Handelstag zu wünschen. Bis dahin wünsche ich euch selbstverständlich alles Gute und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.